Weniger ist mehr. Das gilt auch für die Art, wie wir unseren Job erledigen. Wie du dir durch Minimalismus die Arbeit leichter machen kannst, darum geht es gleich. Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Was geht dir bei dem Begriff minimalistisch arbeiten durch den Kopf? Vielleicht, dass du für deine Arbeit nur noch in einem kahlen Raum sitzen darfst, auf einem alten Holzstuhl, an einem klapprigen, wackeligen Tisch und dein Arbeitsmaterial nur noch aus einem einfachen Block und einem angekauten Bleistift besteht? Nein, Minimalismus bedeutet nicht Entbehrung, sondern minimalistisch arbeiten heißt, sich bewusst zu werden, was du wirklich brauchst, um deinen Job gut zu machen und was nur Ballast ist und dir Zeit, Geld und Energie raubt. Ein einfaches Beispiel. Wie viele Stifte hast du an deinem Schreibtisch, also auf dem Schreibtisch, in Ablagen, in Köchern, in Schubladen und so weiter? Wie viele Stifte hast du da? Wie viele Bleistifte, Kugelschreiber, Textmarker, Filzschreiber, Füller und was es da sonst noch so alles gibt? Meine Hypothese ist zu viele. Ganz viele, die du gar nicht brauchst. Und das ist ein Beispiel für überflüssigen Ballast. Denn viele Stifte heißt, den richtigen suchst du immer zwischen all denen, die du eigentlich gar nicht mehr brauchst. Oder sie sind dir im Weg. Wenn du irgendwas anderes aus einer Schublade brauchst, räumst du erstmal den Kram an Stiften zur Seite, die dich nur stören, um an das zu kommen, was du wirklich haben möchtest. Und die minimalistische Variante ist, dass du alle Stifte wegschmeißt, verschenkst, die du nicht brauchst. Mach dir bewusst, welche Schreiber brauchst du wirklich. Bei mir ist es so, ich habe hier auf dem Schreibtisch einen Bleistift liegen, so einen Druckbleistift, weil ich sehr gerne mit Bleistiften schreibe, weil die weich sind und da fließt es beim Schreiben. Und dann habe ich hier rechts im Regal einen Köcher und da drin ist ein Rotstift, wenn ich meine Texte korrigiere, ein Textmarker, ein Kugelschreiber und ein Füller, wenn ich mal Bücher signiere. Das war's. Also erster Selbstversuch zum Minimalismus wäre, mach dir bewusst, welche Stifte brauchst du, Rest weg. Anderes Beispiel. Wie oft machst du dir überflüssige Arbeit, also nicht nur das Nötigste, weil du dir gar nicht klar bist, was andere von dir erwarten. Also wenn ein Kollege zum Beispiel sagt, stell mir doch bitte mal Unterlagen zum Thema XY zusammen und du legst einfach los, dann kann es sein, dass du dir zu viel Arbeit machst, weil du es zu aufwendig machst. Oder dass es in die falsche Richtung geht, weil der Kollege eigentlich was ganz anderes erwartet hat. Auch ein Weg, dass du minimalistischer arbeitest, also nur das Nötigste machst. Damit meine ich nicht, dass du faul wirst, sondern effizient. Frag den Kollegen doch, wie konkret sollen die Unterlagen aussehen, die du brauchst. Und dann kann es sein, dass du dachtest, in deiner Fantasie, der will jetzt ein super ausgearbeitetes Dokument haben, wo alles schön optisch dargestellt ist. Wenn du aber fragst, sagt er vielleicht, du, der reicht mir fünf Zeilen in einer E-Mail mit den wichtigsten Infos. Und schon hast du deine Arbeit wieder reduziert. Sie ist minimalistischer geworden. Also Erwartungen abfragen hilft dir effizienter und minimalistischer zu arbeiten. Und das Spannende ist, aus meiner Erfahrung, wenn du jemanden fragst, was genau brauchst du denn von mir, in welcher Form erwartest du das? Dann fangen viele erst an nachzudenken und sich bewusst zu werden, was sie nun wirklich brauchen und was nicht. Die haben da vorher gar nicht einen Gedanken dran verschwendet. Also so ein Gespräch schadet nie. Der Kollege lernt sich selber besser kennen. Du lernst den Kollegen besser kennen. Du und ihr spart euch Zeit und Arbeit. Es gibt bei der Arbeit für mich eine minimalistische Masterfrage. Und die lautet, was ist die eine Sache, die ich tun muss, damit ich bei meiner Aufgabe am schnellsten vorankomme? Was ist die eine Sache, die mich bei meiner Aufgabe am weitesten bringt? Wenn du dir diese Frage stellst, bevor du anfängst zu arbeiten, die Aufgabe zu erledigen, wirst du dir viel Zeit und Energie sparen. Und die Antwort, die du dir selbst auf diese Frage gibst, kann ganz vielfältig sein. Zum Beispiel könnte es sein, dass du feststellst, wenn ich mir erstmal alles zusammenstelle, was ich brauche und dann anfange zu arbeiten, das bringt mich am weitesten, weil ich dann im Schwung bin und durchziehen kann. Oder vielleicht stellst du auch fest, nee, ich muss erstmal einen Spaziergang machen, dabei nachdenken, wie genau ich es machen will und dann lege ich los. Oder vielleicht stellst du auch fest, nee, Spaziergang ist es nicht, aber einen Kaffee trinken und dabei nachdenken, das macht es effizient. Oder es kommt dir vielleicht in den Sinn, bevor ich anfange und rumprobiere, ist es doch am effizientesten, am minimalistischsten vom Energieaufwand, wenn ich erstmal einen Kollegen frage, der das schon mal gemacht hat, wie man das am besten anfängt. Auch das spart dir Energie. Genauso, um minimalistischer, effizienter zu werden mit Energie und Zeit und Nerven, ist es schlau, ab und zu Prozesse zu hinterfragen. Nur weil ihr, du, das Unternehmen, die Abteilung, das Team, Dinge auf eine gewisse Art schon seit Jahren macht, heißt das nicht, dass das das Schlauste ist. Mach mal Frühjahrsputz bei den Prozessen oder Herbstputz der Jahreszeit angepasst. Wo könnt ihr entschlacken? Wie viele Kollegen müssen wirklich bei einer Entscheidung drauf gucken? Kann man das irgendwie reduzieren? Welche Formulare müssen wirklich ausgefüllt werden? Kann man diese Formulare vielleicht auch vereinfachen? Wie umfangreich muss eine Dokumentation sein fürs Qualitätsmanagement? QM ist in vielen Firmen ein Thema. Letztens erst im Seminar habe ich wieder gehört, wie alle sich aufregen. Qualitätsmanagement kostet uns Zeit, weil wir alles protokollieren müssen. Wir wissen, dass es sinnvoll ist, aber es kostet so viel Zeit. Auch hier, überleg dir, wie kannst du es effizienter machen? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man keinen Freitext mehr schreiben muss, sondern einfach Kästchen anklickt, um zu dokumentieren? Das spart Zeit. Oder ist es schlauer, dass einer die Dokumentation für alle macht, der es auch gerne macht? Auch das ist eine Form von Minimalismus im Sinne von wenig Energie, große Wirkung. Oder wenn du dir eine neue Software zulegst oder eine neue App fürs Handy. Auch da überlege dir, was brauche ich wirklich? Muss das die eierlegende Wollmilchsau sein? Muss das das Programm sein, was alles kann? Oder ist es nicht sogar besser, wenn du eine Software, eine App nimmst, die genau das, vielleicht nur ein bisschen mehr, erfüllt, was du brauchst? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe sehr lange gesucht, bis ich die für mich perfekte To-Do-App gefunden habe. Die synchronisiert sich mit allen Devices, also auf meinem Laptop habe ich die To-Dos, auf meinem Handy habe ich sie, auf meinem iPad. Und diese To-Do-App hat keinen Schnickschnack. Es sind ganz simple Listen. Ich kann mir für jedes Projekt eine Liste anlegen und schreibe da meine Aufgaben rein. Die App heißt übrigens Things, falls es dich interessiert, also wie die Sachen. Das ist für mich ein Programm, das super minimalistisch ist und mir genau damit das Leben leichter macht. Oder meine Software, die ich benutze, um Rechnungen zu schreiben. Ich habe auch lange gesucht. Es gibt ganz viele Programme, die alles verwalten und verknüpfen mit Rechnungen und Belegen und so weiter. Brauche ich nicht. Ich habe jetzt eine gefunden, mit der kann ich ganz simpel mit wenigen Klicks Rechnungen schreiben. Auch da reflektiere dich selbst, was brauchst du wirklich an Technik, sei es Software oder Hardware. Und du merkst schon, das Tolle ist, wenn du minimalistisch denkst, wirst du selbstbewusster. Im Sinne von, du wirst dir bewusst, was brauche ich wirklich, was kostet Energie, was spart Energie und Zeit. Dein erster Schritt zum minimalistischen Worklife könnte sein, dass du zum einen deine Stifte ausmistest, wie ich es am Anfang gesagt habe. Oder, dass du mal deinen Arbeitsplatz durchgehst, was gibt es da an Unterlagen, Akten, Hilfsmitteln generell, die du nicht mehr brauchst. Was kann davon weg? Was kannst du vielleicht digitalisieren? Dann hast du es nicht mehr im Schrank stehen, das spart Platz und hast trotzdem Zugriff, der sogar schneller ist, weil du es digital durchsuchen kannst. Also, was kannst du entrümpeln? Das Spannende ist, und die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch gemacht haben, wenn du etwas entrümpelst, sei es der Kleiderschrank oder der Keller oder was auch immer. Wenn du was entrümpelst, hat das auch einen Einfluss auf deine Psyche, weil du dich wieder freier fühlst, klarer fühlst, strukturierter, sortierter fühlst. Also, Minimalismus hilft dir auch, Klarheit zu erlangen über das, was du wirklich brauchst und wirklich willst. Ich hoffe, ich habe jetzt die wichtigsten Punkte zum Thema minimalistisch arbeiten minimalistisch genug zusammengefasst für dich. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehle sie gerne weiter an alle Kollegen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Minimalismus und Effizienz im Job brauchen. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest und es noch nicht getan hast, dann klicke doch jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst ganz automatisch eine Meldung, wenn es was Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald!